Das Haus am Waldsee liegt direkt am U-Bahnhof Krummelanke. Das heißt, von der Universität kann man einfach vom U-Bahnhof Dahlemdorf oder Freie Universität Berlin mit der U3 relativ schnell hinfahren. Die Ausstellung zeigt viele Skulpturen, aber es gibt auch wechselnde Ausstellungen zu bildenden Kunst oder Architektur oder zeitgenössischer Musik. Das heißt, hier kommt eigentlich jeder auf seinen Geschmack. Wenn man nur mal ein paar Minuten zwischendurch entspannen will, dann ist natürlich der Park hinterm Haus bzw. der Garten am eigentlichen Waldsee das Herzstück. Dort kann man sitzen, das Wasser ein bisschen plätschern hören und dabei super ein Cappuccino oder so genießen.